Guten Tag, mein Name ist Carsten Morschett. Ich führe das Möbelhaus Morschett in Wattgassen-Differten in dritter Generation. Auf über 1100 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigen wir Ihnen hochwertige Möbel für alle Wohnbereiche. Von Wohnen über Speisen und Küche bis zu Schlafen. Und zwar sowohl in Lack als auch in Massivholz. Wer hochwertige Möbel sucht, sollte bei uns fündig werden. Sie haben Wünsche, wir haben Ideen. Unser Team aus Einrichtungsspezialisten und Innenarchitekten steht Ihnen freundlich und kompetent zur Seite, wenn es um die Erfüllung Ihrer Einrichtungswünsche geht. Wir arbeiten überwiegend mit Manufakturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen, in denen die Möbel individuell für Sie gefertigt werden. Eine riesige Auswahl an Holzarten und Lackfarben erfüllt jeden noch so ausgefallenen Wunsch. Eine kleine Auswahl unserer exklusiven Hersteller finden Sie auf unserer Homepage www.morschett.de. Mit unserer eigenen Schreinerei sind wir in der Lage, Sonderwünsche zu erfüllen und Ihnen eine perfekte Montage zu bieten. Nur 12 Minuten von Saarlouis, nur 24 Minuten von Saarbrücken. Schauen Sie doch einfach einmal unverbindlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie!